Herzlich willkommen, das ist eine weitere Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, hier mit Kiera Schusseinpur. Wir sprechen heute, wie ich meine, ein weiteres interessantes Thema an. Kian, erstmal grüß dich, hi. Hi, grüß dich Philipp. Freunde, keine Sorge, heute mal provisorisch anderes Setup, aber beim nächsten Mal wieder die gute alte Quali. Philipp, du hast das Thema heute mitgebracht, ich bin gespannt. Ja, und zwar hat das Magazin Forbes, das die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden, die machen ja öfters Aufstellungen zu die reichsten Leute der Welt, die wichtigsten Menschen, also Auflistungen oftmals. Und dieses Mal geht es um das Thema Social Media Stars, also Influencer. Und nicht irgendwelche Influencer, sondern die Influencer weltweit, die Top 50. Ich meine, wir sollten heute einfach mal die Top 10 durchgehen, die den größten Einfluss haben, was Following angeht und was auch generierte Einnahmen angeht und in welche Richtungen diese Leute auch operieren. Das sind teilweise komplett unterschiedliche Vorgehensweisen und unterschiedliche Influencer. Und ich finde das sehr interessant, was hier geschrieben wird und wie sich da auch die Medienlandschaft geändert hat in den letzten Jahren, seitdem Social Media eben so stark aufgekommen ist. Forbes schreibt hier zum Beispiel, Influencers are more trusted by their audiences than ads. They can sell out products in minutes. They can cause a flash mob in a mob that shuts down a major city. Also Influencer sind wichtiger und haben eine größere Werbewirksamkeit als normale Werbestrategien und beispielsweise Werbung allgemein, ob es jetzt im Fernsehen ist oder im Internet. Und deswegen nehmen die natürlich auch einen extrem großen Einfluss heutzutage in der Medienlandschaft ein. Und jetzt können wir uns einfach mal anschauen. Kian, vielleicht Frage an dich, hast du dir die Woche schon mal angeschaut? Ich schaue sie mir jetzt gerade hier an, die Top Creator 2023, oder? Okay, genau. Also richtig. Und da gibt es ja unterschiedliche Listen, ob es jetzt 1 bis 10 sind und es geht dann bis 50 hoch. Ich gebe gleich zu, am Anfang, ich habe mir die ersten drei angeschaut, mehr noch nicht, weil ich einfach dann mir gedacht habe, komm, jetzt lass mich mal überraschen. Nummer 1, wir können ja mal durchgehen, ob du die kennst und so, was deine Erfahrungen sind mit dieser Person. Nummer 1 weltweit der größte und vom Einfluss her mächtigste Influencer auf Social Media, in dem Falle auf YouTube, ist Jimmy Donaldson, auch bekannt als MrBeast. So heißt auch sein Kanal MrBeast. Er hat im letzten Jahr 82 Millionen Dollar Einnahmen generiert, hat 312 Millionen Follower und ein Average Engagement, was das genau bedeutet, das weiß ich nicht, von 9,8%. Kian, du wirst wahrscheinlich MrBeast sehr gut kennen, oder? Ja, also ich kenne ihn grundsätzlich so vom mal gesehen her. Ich schaue jetzt nicht seine Videos, weil die mir zu kindisch sind oder einfach, ja, da gewinne ich jetzt nicht wirklich einen Mehrwert ab, wenn ich mir die anschaue. Aber er hat 100 Millionen Klicks mindestens pro Video, was er hochlädt. Es geht sogar teilweise in die Richtung 200, 500. Also das, was der Typ an Reichweite hat pro Video, was er rausgibt, ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist so in dem Bereich, ich würde sagen, der ist, wenn wir das vielleicht mal so eine Art moralischen Score oder so anstellen wollen, ob der Typ jetzt einen Mehrwert liefert oder ob er einfach nur irgendwelchen Blödel-Content macht, würde ich sagen, ja, das tut er wirklich. Das ist also für mich jetzt eine gute Nummer 1. Der spendet also extrem viel seiner Einnahmen. Die ganzen Ads, die generiert werden, nutzt er, um eben so Dinge zu machen, dass er Autos verschenkt, Häuser verschenkt. Der macht natürlich auch riesige Aktionen, aber ich weiß mal, dass ich mal vor langer Zeit ein Video gesehen habe. Dort hat er so ein Gewinnspiel gemacht unter jungen Erwachsenen. Die werden so, keine Ahnung, zwischen 18 und 25 gewesen sein. Und dann gab es am Ende des YouTube-Videos einen grünen Lambo, den er dem Gewinner geschenkt hat. Ich glaube, das ging darum, dass jeder eine Hand auf den Lambo drauflegen und der, der es geschafft hat, am allerlängsten seine Hand draufzubehalten, ohne quasi vorher einzuschlafen, also das ging dann über mehrere Tage, der die größte Willenskraft quasi und Durchhaltevermögen gezeigt hat, der hatte dann am Ende des Videos den Lambo auch wirklich gewonnen. Also Mr. B ist schon unglaublich mit 300. Aber er verschenkt ja nicht nur Autos, er verschenkt auch manchmal Geld. Dann geht er mit Leuten irgendwo einkaufen, ermöglicht ihnen, dass sie sich irgendwelche Appliances kaufen. Manchmal verschenkt er auch Bildungsabschlüsse in Sachen. In Amerika musst du ja für deine College-Tuition zahlen, dass er dann sagt, ich zahle die dir ab. Also er macht schon wirklich gute Sachen. Das ist ein guter Punkt, den du anbringst, Philipp. Interessanterweise, Mr. Beast, muss man eine Sache sagen. Immer wenn ich über ihn denke oder wenn ich an ihn denke, denke ich an die Person, die es auf YouTube als erste Person so stark das Unternehmerische in dem Creator-Sein maximiert hat, als Unterhaltungscreator, wie es bisher vorher noch keiner gemacht hat. Ich glaube, er hat zehn Kanäle. Alles ist automatisiert vom Skriptschreiben, von der Ideenfindung bis zur Skriptschreibung, bis zu den einzelnen Schnitten. Mr. Beast selber hat das natürlich alles angefangen. Der hat das zu einem gewissen Zeitpunkt auch selber gemacht, aber der hat das jetzt, glaube ich, ins letzte Detail skaliert, sodass er wirklich ein Team von wahrscheinlich über 100, 200, wenn nicht sogar 500 Mitarbeitern hat. Und diese Maschine, die er da am Laufen hat, die läuft und läuft und läuft. Und er hat, glaube ich, selber mal irgendwann gesagt, dass seine Videos bis zu ein Jahr im Voraus geplant sind. Bis zu einem Jahr im Voraus. Aus Ideen, Skript, Planung, Locations. Also die Videos sind ja aufwendig. Im letzten Video, was ich von ihm gesehen habe, hatte er die teuersten Autos der Welt gezeigt, wo dann Oldtimer für 50 Millionen Dollar zu sehen waren. Das muss natürlich auch alles geplant werden. Demnach ist es nachvollziehbar. Aber das ist schon interessant. Der Typ hat YouTube genommen und das, was YouTube war oder ist, oder zum Beginn von YouTube war, da war das ja hauptsächlich eine Unterhaltungsplattform aus Creator-Sicht, wo man nah an den Personen war und hat das einfach maximal unternehmerisch orientiert skaliert. Und das ist der Grund, warum er so erfolgreich ist. Weil er da einfach auch nicht aufhört, sondern da immer weiter und weiter Prozesse automatisiert, sich verbessert und sich daran richtet, was eben gut ankommt und was nicht. MrBeast ist sehr bekannt dafür, dass er in Interviews geht und darüber spricht und gesprochen hat, dass er den Algorithmus geknackt hat, schon lange Zeit vorher. Und da muss man aber eine Sache ganz klar sagen, wenn wir uns eine Liste der Top-Creator anschauen. Ich weiß nicht, man kann es in verschiedene Richtungen deuten. Man kann es in Vermögen deuten, in Reichweite deuten. Reichweite bedeutet ja auch direkt Macht. Aber wenn der Nummer 1 Creator seine gesamte Reichweite aufgebaut hat, indem er gewisse Themen, die gut ankommen, gewisse Videos, die einfach gut ankommen und auch gut behießen werden, MrBeast hat sich noch nie irgendwie politisch geäußert, würde es auch nicht, hat sich noch nie religiös geäußert. Also die unangenehmen Themen werden nicht angesprochen. Und dann bleibt die Frage, ob er diesen Einfluss und diese Reichweite immer noch hätte, wenn er anderen Content machen würde. Natürlich nicht. Nichtsdestotrotz kann ich absolut nachvollziehen, warum diese Person hier auf der 1 bei dieser Liste ist. Also sehr interessant, vor allem, wenn man das jetzt auch mal sieht. Wir gehen jetzt mal auf Nummer 2. Ich versuche es jetzt mal auszusprechen. Das ist Olajide Olatunji. Darunter werden ihn wahrscheinlich die wenigsten kennen. Auch bekannt als KSI. Ich erzähle jetzt mal so meine kleine Story, was ich von ihm weiß. Das ist eigentlich erst, seitdem der zu einem Amateurboxer geworden ist. Also der hat übrigens Earnings von 24 Millionen im letzten Jahr gehabt. Total Followers hatte er 112 Millionen und ein Average Engagement von 6,5 Prozent. Ich weiß nicht, welche Metrik das ist mit diesem Average Engagement, woran man das bemisst. Aber das ist ja eigentlich so ein alter FIFA-Zocker gewesen. Ich glaube, der ist Brite. Und dafür hatte ich mich nie interessiert. KSI hatte ich nie groß gekannt. Mich verwundert es auch, dass er wirklich so groß ist. Also 112 Millionen Follower ist ja schon gigantisch. Und ich kenne den erst seitdem der mit den Paul Brothers, also mit Logan und Jake Paul. Die sind ja auch geschäftlich eng miteinander verbunden. Die machen das Getränk Prime auch zusammen. Er und Logan Paul. Und dass die Boxen eben, ja. Also die Boxen, die machen so, die haben dieses ganze YouTube-Boxen, was ja jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Da gab es ja auch schon ein paar YouTube-Box-Veranstaltungen, haben die eigentlich groß gemacht. Und KSI boxt jetzt auch demnächst, ich glaube, in einem Monat oder so, gegen Tommy Fury, was der jüngere Bruder ist von Tyson Fury. Und Tyson Fury ist gerade der ungeschlagene, alle Gürtel haltende Heavyweight Champion of the World im Schwergewicht. Also ein echter, wirklicher Top-Boxer, der beste wahrscheinlich, den wir gerade haben. Und dessen kleineren Bruder boxt er demnächst. Also ich muss sagen, ich bin überrascht, dass KSI hier auf der Nummer zwei ist. Ich bin grundsätzlich überrascht von der Liste, weil Mr. Beast hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung zumindest mal in der Top 5. Aber wenn ich an Influencer denke und an die mächtigsten, größten Influencer der Welt, dann ist eigentlich ein Name, der mir sofort in den Kopf kommt, der aber absolut nicht auf dieser Liste zu finden ist, wahrscheinlich, weil die Person nicht als Influencer oder Creator bezeichnet werden möchte, und zwar Kim Kardashian. Kim Kardashian und die ganzen Kardashians monetarisieren ihren Einfluss, den sie sich aufgebaut haben, über genau den gleichen Kram. Also genau so im Internet oder meinetwegen, die haben halt im Fernseher angefangen. Aber was machen sie? Wie hat Kim Kardashian ihre Marke aufgebaut? Wie sind sie alle Milliardäre geworden mit ihren Kosmetikmarken? Wegen ihres Influencer-Seins. Und die haben auch hunderte von Millionen Followern auf Instagram. Und deswegen überrascht es mich, dass Forbes die nicht erwähnt hat. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil die Kardashians sagen, nee, wir sind keine Influencer, so möchten wir nicht bezeichnet werden. Ja, vielleicht sehen sie sich auch da aus dieser Sache entwachsen oder so. Weißt du, dass man irgendwann denkt, man will da seine Vergangenheit auch nicht mehr so. Im Endeffekt, wie ist die Frau großartig? Aber es hat ja nichts mit der Vergangenheit zu tun. Aktiv, wie verdienen die Kardashians aktiv immer noch Tag für Tag das meiste Geld? Mit ihrem Influencer auftreten. Mit ihrer Reichweite, die sie auf Instagram und auf den anderen Kanälen haben. So, diese monetarisieren sie für ihre eigenen Brands. Ähnlich wie MrBeast, ähnlich wie KSI oder jeder andere, der hier auf dieser Liste steht. Nur natürlich auf einem anderen Scale. Und ja, am Ende des Tages, ich glaube sowieso, wir reden ja jetzt hier, also wir kommen gleich auf die nächsten, sorry, dass ich hier wieder unterbreche. Aber ich glaube, Influencer zu sein, ist lange und weit davon entfernt, was normal, Autonormalverbraucher mit dem Begriff Influencer verbinden heutzutage. Auch Elon Musk ist irgendwo ein Influencer mit über 100 Millionen Followern auf Twitter und hat gewisse Dinge mit seiner Reichweite beeinflusst. Ja, denke ich definitiv. Und beeinflusst ja auch in unterschiedlichste Richtungen, wenn wir nur mal eine rauspicken wollen, beispielsweise was Dogecoin angeht, in dem er, und ich finde, da ist es schon, da hat ja auch das Kartellamt schon mehrmals quasi darauf aufmerksam gemacht, dass da wirklich direkt Einfluss genommen wird. Aber ja, logischerweise auch dieser Mensch Influenzt, woher kommt denn dieses Wort? Es ist ein Beeinflusser. Auch das, was wir beide hier in einem deutlich schmaleren Rahmen natürlich machen, auf eine gewisse Art und Weise ist, wir beeinflussen. Da kann jeder Zuhörer selbst entscheiden, ob das eine für ihn positive Beeinflussung ist oder nicht. Das könnt ihr ja gerne mal auch in die Kommentare reinschreiben, wie beeinflussen wir euch eigentlich. Aber ja, schauen wir uns das jetzt hier mal an. Was ich noch interessant finde, nur als Nebennote, wie krass das explodiert ist jetzt. Ich hatte das ja schon angesprochen mit diesem Prime Hydration, was er zusammen mit Logan Paul macht. Die sind jetzt innerhalb eines Jahres die Hauptsponsoren und offiziellen Getränke vom FC Barcelona, der UFC, also das ist die United Fighting Championship, Entschuldigung, Ultimate Fighting Championship und Arsenal London dieses Jahr geworden. Also schon unglaublich. Okay, kommen wir zum Platz Nummer 3, The Notorious, aber nicht Conor McGregor, sondern Jake Paul. Jake Paul ist wahrscheinlich, hier auch mal kurz die Daten aufgezählt, 34 Millionen, also liegt mit seinen Einnahmen über denen, KSI, Total Followers 66 Millionen, hat also deutlich weniger als KSI und hat ein Average Engagement von 1,6%. Ja, aber hat das Pay-TV-Boxen wiederbelebt in den USA. Ja, das ist ja wirklich in den letzten Jahren eingeschlafen gewesen, weil eben auch sehr viele Skandale passiert sind, viele Fehlurteile. Es wurde ja schon immer extrem viel, im Profi-Boxen extrem viel Schmuh betrieben, wenn man sich auch anschaut in Deutschland beispielsweise, da saßen früher in den ersten Reihen, ist teilweise vielleicht heute immer noch so, sag ich mal, so die ganzen Hells Angels, Zuhälter, Rotlichtfiguren, Halbwelt, wie man sagt. Und das ist in den letzten Jahren immer mehr eingeschlafen. Er hat das wiederbelebt und ist wahrscheinlich der erfolgreichste der drei Boxer, was die Einnahmen angeht. Sonst, was der wirklich so als Influencer macht mit seinem Bruder, ich habe das nie großartig verfolgt, so wie denen ihre Karriere gelaufen ist. Ich habe mir nur erst auf Netflix eine Reportage angeschaut zu seinem Werdegang auf YouTube. Ja, Unterhaltungscontent haben die beide gemacht in verschiedene Richtungen auf YouTube. Das klassische, breite Masse unterhalten. Ich bin überrascht, dass Jake Paul hier auf der 3 ist, weil ich nicht nachvollziehen kann, woher dieser Einfluss kommen soll. Weil auch wenn ich, ich verfolge aktuell keinen dieser Leute aktiv, aber von der Reichweitenstärke her, ich glaube, Jake Paul lädt keine Videos hoch. Ich glaube, gut, er bekommt und kriegt viele Leute zu seinen Boxkämpfen. Das kann man eben nicht absprechen. Aber darüber hinaus, wobei, nee, das muss man halt dann so fair beurteilen, für die Reichweite, die er hat, das, was er dann mobilisiert, das Engagement und wie er damit das monetarisiert, mit seinen Boxkämpfen, das ist dann schon beachtlich, muss man an dieser Stelle sagen, dass der 34 Millionen verdient und ihm überhaupt irgendwer jetzt beim Boxen zuschauen möchte, das hat ja mit seiner Reichweite zu tun. So ist es. Ich denke, das ist, wenn wir da ein bisschen zurückgehen und das bisschen vergleichen mit Mr. Beast, der eher das, was wir ja auch immer wieder predigen, tue Gutes und dir wird Gutes getan. Also Mr. Beast hat viel Geld rausgegeben und hat dadurch extrem viel Beachtung bekommen und dadurch hat er wiederum sein Business sehr professionell aufgebaut, ohne Skandale, ohne, dass irgendwie bekannt ist, keine Ahnung, Vorwürfe von sexueller Misshandlung oder so. Ich meine, da ist ja KSI und auch Logan oder Jake, die sind ja voll mit diesen Themen. Also das sind immer wieder Skandale, Drogen und so weiter, Partyleben in L.A. und das hat der Mr. Beast da wirklich unbeschadet, ohne einen einzigen mir bekannten echten Skandal. Und diese Jungs sind eher im ganz klaren Polarisierungsthema drin, also hate me and then you will watch me. Das ist ja das beim Boxen, ist ähnlich wie bei Floyd Mayweather, an sich dem wahrscheinlich erfolgreichsten Boxer weltweit. Also einmal, was seine ganzen Erfolge angeht, auch was seine Geldeinnahmen angeht, die meisten Leute haben ihn gehasst und haben deswegen eingeschalten, um ihn verlieren zu sehen. Und ich glaube, viele Leute, das schafft Jake Paul, die schalten ein und zahlen, in der Hoffnung, dass er verliert. So, und dann jetzt muss ich, jetzt schaue ich das erste Mal jemanden, den ich noch nicht selber jetzt gesehen habe. Und zwar ist das Red and Link. Noch nie gesehen. Ich auch nicht. Scheiße, da haben wir beide nichts darüber zu sagen. Also, 35 Millionen Einnahmen, 51 Millionen Follower, Average Engagement 0,85 Prozent, Best Friends Since Grade School, The Two Former Engineers, Real Names, Red James and Malolin and Charles Lincoln. Nein, sagt mir komplett gar nichts. Ja, sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts, absolut nichts. Wenn ich auch hier lese, was drunter steht, irgendwelche Good Mythical Morning Kanäle oder Mythical Kitchen, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr was dazu. Aber ja, kommen wir zur 5, oder? Das kann uns natürlich auch an uns vorbeigehen. Ich glaube, weder du noch ich schauen uns irgendwie Küchenkanäle oder sowas an. Und die können auch riesig sein. Ja, also es gibt auch definitiv Bereiche, die vollkommen außerhalb unseres Realms sind. Das ist ja riesig und es gibt so viele und ich würde sagen, das Küchenthema ist definitiv kein Nischenbereich. Also unglaublich viele Menschen interessieren sich für so ein Thema. Dann gehen wir mal auf Platz Nummer 5. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob du die Person kennst. Platz Nummer 5 ist Charlie D'Amelio. Das TikTok-Mädel. Eine junge Frau. Okay, gut. Die war zu einem gewissen Zeitpunkt, das ist das Einzige, was ich weiß, die Nummer 1 auf TikTok von der Reichweite. Oder ist sie immer noch? Weiß ich nicht. Ja, ist sie immer noch. Ja, sie ist ein Mädel, was zur Musik getanzt hat, so weiß ich. Und ich glaube darüber hinaus, hat sie nicht wirklich viel zu bieten. Aber das reicht ja aus, um Kinder auf TikTok zu beeindrucken. Und so hat sie sich 213 Millionen Follower aufgebaut. Wahnsinn. 213 Millionen Follower und jetzt im letzten Jahr 23 Millionen an offiziellen Einnahmen auf jeden Fall. Das ist schon sehr beachtlich. Also interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer über dem Alter von 15 ihr Fan ist. Aber trotzdem, Justin Bieber war ja auch zu seinem Zeitpunkt sehr, sehr stark gehypt von den Jüngeren und trotzdem die Reichweite hat ihr 23 Millionen Dollar verdient im letzten Jahr. von daher. So ist es. Man kann sagen, was man will, aber sie hat Geld verdient. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 6. Wieder ein sehr bekanntes Gesicht. Es ist Logan Paul. Einer der Paul-Brüder. Hat 21 Millionen an Einnahmen. Der regt sich wahrscheinlich auf. Philipp, der regt sich wahrscheinlich auf, dass das TikTok-Mädel über ihm ist. Ja und wahrscheinlich auch, dass sein Bruder über ihm ist. Die haben ja auch so einen, die sind ja extrem competitive. Also die sind sehr stark im Konkurrenzkampf immer schon gewesen. Da haben sich auch früher die Weiber gegenseitig ausgespannt und so weiter. Das ist also, diese Infos, diese Klatsch-Infos habe ich jetzt aus dieser Netflix-Doku, die ich mir angeschaut habe. Ja, der hat 74 Millionen Follower. Ich kann mir vorstellen, also ich weiß nicht, wie das läuft, wie die prozentralen Verteilungen sind bei Prime Hydration, den Energy Drink, den er mit KSI zusammen aufgebaut hat und wer da auch noch an Financiers im Hintergrund ist. Aber da müsste ich, ich könnte mir vorstellen, der wird ja offiziell jetzt aktuell nach ersten Hochrechnungen bereits als Milliardär bezeichnet, was seine Anteile an Prime angehen. Also Prime wird ja schon über eine Milliarde eingeschätzt aktuell. Das Ding ist, und um da mal über Prime zu sprechen, ich persönlich habe das einmal probiert, ich fand es eklig, ist aber vielleicht auch einfach nicht mein Drink oder meine Kategorie, deswegen will ich es nicht verurteilen. Es ist beachtlich, wie viel Werbepotenzial sie aufgebaut haben, ohne zu zahlen, einfach nur mit Logan und KSI als Gesicht und jetzt mittlerweile Manchester und wie sie alle heißen, FC Bayern glaube ich sogar auch, oder? Ja, richtig, FC Bayern auch. Genau, also die versuchen sich gerade zu etablieren. Die bisherigen Verkäufe kamen ja eindeutig durch ihre Reichweite und bei diesen Influencer Brands ist eben das Kritische, würde ich sagen, schafft die Marke es sich als unabhängige Marke zu etablieren mit einem Mehrwert in diesem Markenbereich. Beispielsweise jetzt bei diesen Hydration Drinks ist der USP oder der Unique Selling Point von Prime, dass sie, soweit ich das verstanden habe, so wenig Zucker wie möglich, so viel Hydration wie möglich, so wenig Kalorien wie möglich und guter Geschmack. Wobei der Geschmack ist natürlich subjektiv. So, wenn jetzt Prime als Marke es schafft, durch diese großen Sponsorings und durch X amount of external capital sich tatsächlich zu etablieren und im Hydration Markt, sprich, das wird dann wirklich von Athleten, von Fußballern, von kleinen Fußballvereinen in der dritten Liga oder in der Kreisliga in Deutschland benutzt, aktiv, weil das ein gutes Getränk ist, dann haben sie es geschafft und dann würde ich sagen, ist er über dieser Schwelle oder wenn er es schafft, seine Anteile zu verkaufen, solange noch das Flywheel am Spinnen ist, solange noch das ganze Unternehmen sich immer mehr und mehr hoch skaliert und er dann seine Anteile verkauft und sich dann wirklich als Dollar-Milliardär bezeichnen kann, dann war das ein voller Erfolg. Aber diese Influencer-Brands können genauso schnell kommen, wie sie gehen, wenn diese Brand sich nicht etabliert, denn sie hängt am Ende des Tages, wenn sie sich nicht etabliert, nur an der Relevanz dieser zwei Personen ab. Gut, die sind jetzt beide hier in der Top 6, KSI auf Platz 2. Trotzdem, so schnell wie diese Brands kommen, können sie auch gehen, insbesondere, wenn sie keinen besonderen Mehrwert liefern. Das sieht man auch in Deutschland mit den ganzen Influencer-Brands, die kommen, haben den größten Hype und dann sind sie auf einmal weg und keinen interessiert es und dann gibt es 15 andere Eistees von 15 anderen Influencern und wer weiß, wie viele andere Hydration-Drinks es geben wird, deswegen sollte Logan Paul sich seine Milliarde, also das ist meine Ansicht, so schnell wie möglich in irgendeiner Weise in die reale Welt holen, denn solange es nur eine Valuation einer Company ist, kann das Ganze auch einfach mal auf Null fallen, siehe Sam Bankman-Fried, 30 Milliarden Dollar Vermögen mit 29 Jahren und jetzt ist er bei negativ, so schnell kann es eben vergehen. Ganz klar, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die versuchen, das außerhalb ihrer Reichweite zu etablieren, beispielsweise bei großen Sportmarken, wo sie dann die Bandenwerbung haben, you name it, FC Bayern, Barcelona und so weiter, denn es gab es ja wirklich oft jetzt, wie ich das beobachtet habe, diesen Brat-Tee zum Beispiel von, ich weiß gar nicht, wie heißt der der Berliner Rapper? Capital Bra, richtig, natürlich und dann von, ich glaube, Shirin David, die hat Dirty gemacht und dann der, der ganz große Streamer mit seinen Gesichtstattoos, Montana Black, weißt du, Montana Black, richtig, Montana Black, der hat jetzt auch erst ein Getränk rausgebracht, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie das heißt auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein in Österreich produzierter Energy Drink, das heißt, das ist also, das macht Schule bei vielen Leuten, die Frage wäre aber wirklich, jetzt mal zu schauen, beispielsweise der Brat-Tee, ich glaube, das war einer der Ersten, der das umgesetzt hat, ob der denn noch aktuell verkauft wird und ob der immer noch in der Prime Location steht, in den Geschäften oder in den Tankstellen, gleich als erstes, also wie Kian schon gesagt hat, ob das nur über den ersten Hype, den es sicher gehabt hat, drüber hinaus geht und sich längerfristig etablieren kann, das ist da die große Frage. Genau, Capital Bra hat da ja auch Pizza und so verkauft und war super erfolgreich, soweit ich weiß, das haben mir Leute erzählt, ist es nicht mehr so stark wie damals, aber auch einfach, weil Capital Bra als Influencer oder Rapper, er ist ja Rapper, er ist Künstler, weniger Relevanz hat, früher hatte er Nummer 1 Hit nach der anderen, aktuell weiß keiner mehr so richtig, wann oder wenn er überhaupt Musik rausbringt und das ist kein Front oder so, ich fand seine Musik auch interessant eine Zeit lang und man kriegt es gar nicht mehr mit und das liegt dem zugrunde, dass eben neue Künstler immer wieder kommen und genauso kommen auch neue Influencer immer wieder mit neuen Eistees oder mit neuen Pizzen und deswegen, wie gesagt, Logan Paul, KSI, wenn die schlau sind, dann verkaufen sie mal mindestens einen kleinen Anteil jetzt zu dem Peak, den sie aktuell haben, um einfach sich abzusichern, um zu sagen, wir sind hier mit einem Positiv rausgekommen und hoffentlich sind sie nicht gierig, das gleiche gilt an einer anderen deutschen Influencer, wenn ihr eine Marke aufgebaut habt, die wirklich erfolgreich ist, die große namenhafte Zahlen hat, aktuell die Bewertungsscores für E-Commerce-Unternehmen, für Influencer-Brands sind unglaublich astronomisch hoch, das nennt man den EBITDA, den Unternehmensbewertungsindex und da weiß ich aus eigener Hand, viele Leute sind am überlegen, Prozente zu verkaufen, nicht zu verkaufen, manche sind gierig, seid da nicht gierig, das kann so schnell gehen, wie es kommen kann und sichert euch ab. Gerade in der heutigen Zeit, ganz klar, wo wir eine sehr schnelllebige Zeit haben, ist es wichtig, auch immer wieder Gewinne vom Tisch mit runterzunehmen. Ja, kommen wir zu Nummer 7, der Top 10 Forbes Influencer-Liste und zwar ist das Elliot Tebele, auch bekannt als Fuck Jerry. 30 Millionen Earnings, was absolut stark ist, 17 Millionen Follower, also sehr hohe Earnings bei relativ geringen Followerzahlen, Average Engagement von 1 und ich muss hier gleich auf dich verweisen, Kian, ich weiß nicht, ob du Fuck Jerry kennst, mir ist er nicht bekannt gewesen. Das ist, glaube ich, so ein Meme-Account auf Instagram, der hat auch, ich kenne seinen anderen Meme-Account hier, Dude with Sign, wo er dann mit so einem Sign, also mit so einem Schild steht, wo einfach irgendwas draufsteht, was man so nicht aussprechen darf oder was einfach viele Leute nicht aussprechen wollen und jetzt lese ich hier gerade, das große Geld kommt aber nicht von seinen Instagram-Meme-Pages, die er da hat, sondern mit seinem Board Game Empire, also der Typ hat kein Eistee rausgebracht, sondern ein Spiel, ein Brettspiel mit dem Namen What Do You Meme, was es in Target, Walmart und Amazon gibt und damit hat er anscheinend, oh und er hat eine Tequila-Brand, warum auch immer die amerikanischen Influencer alle eine Tequila-Brand haben, aber die haben alle eine Tequila-Brand, die Kim Kardashian-Schwestern, Schwestern, Geschwister, da haben auch Tequila-Brands, warum, was steckt da hinter diesem Tequila-Mythos, frage ich mich? Also Tequila grundsätzlich ist ein sehr gehyptes Getränk, ich finde Tequila hat eine alte Tradition, dann wenn du dich ein bisschen mit unterschiedlichen Alkoholikern auskennst, Tequila wird aus der blauen Weber-Agave gewonnen, also das ist eine Kakteen-Art mit großen, dicken Blättern, die dann gebrannt werden in Kupferfässern und man sagt, dass der Alkohol, der aus der blauen Weber-Agave gewonnen wird, der am wenigst schädlichste Alkohol ist, das steht ja komplett konträr zu dem, was viele Leute denken, die halt ihren Sierra-Tequila mit dem kleinen roten Hut drauf, also absoluter Fusel-Alkohol, in ihrer Jugend getrunken haben und dann irgendwann mal in ihrer eigenen Kotze aufgewacht sind und dann immer gesagt haben, oh Gott, Tequila ist der schlimmste Scheiß, nee, ist es eigentlich nicht, wenn du qualitativ hochwertigen Tequila trinkst, ist das beispielsweise ein Glas Azul oder es gibt ja viele hochwertige Tequila-Sorten, die aus 100% blauer Weber-Agave gebrannt sind und dann ist das der am wenigst schädlichste Alkohol. Wenn du jetzt mal raten müsstest, Kian, aus welcher Sache gebrannt, was denkst du ist der schädlichste Alkohol, der dir am meisten bei einem Kater am nächsten Tag den schlimmsten Kater beschert? Wenn du jetzt schon so fragst, dann gehe ich davon aus, dass es das gute alte Hefebier ist oder Bier einfach. Nee, nee, nee. Nee? Nee, denk mal in die Vergangenheit, so in unserer Kindheitszeiten, wer lag an Deck immer völlig besoffen in den Geschichten? Wodka oder Wurst? Sind die Piraten gewesen. Piraten, nee, die haben rumgetrunken. Wodka, Schnaps, Schnaps rum, ah, rum. Okay. Rum, ja, weil es aus Zucker gemacht wird und alles, was aus Zucker gebrannt wird, geht dir ja sehr schnell ins Hirn rein und die Piraten hatten früher immer ihre Rumfässer dabei und haben sich da auf Deck besoffen und lagen dann da alle und waren völlig am Arsch. Warum? Weil sie eben rumgetrunken haben und der aus Zuckerrohr gewonnene Alkohol geht eben sehr schnell ins Hirn. Dadurch wirst du sehr stark betrunken und die Nacheffekte eben des Katers am nächsten Tag sind sehr schlecht und die am wenigsten messbaren Effekte von Schädigung sind wiederum von gutem Tequila und das ist vielleicht einer der Gründe, warum Tequila ja zum Geheizesgetränk ist. Ist das so? Also Tequila ist der Alkohol, der dich am wenigsten negativ beeinflusst, dann mit einem Krater oder so. Richtig, wenn er aus 100% blauer Weber Agave gemacht ist, was in den meisten Fällen, also in den meisten guten Tequilas der Fall ist und wie gesagt, das ist dann nicht Sierra für 10 Euro die Flasche. Ich dachte, es hängt von der Reinheit des Alkohols ab, sprich, wenn du irgendwie Wodka oder Gin oder diese ganzen hochprozentualen, aber eher reineren Alkohol trinkst, dass das dann in irgendeiner Weise weniger Einfluss hat. Wodka an sich auch, also es gibt eine genaue Liste, wir könnten das mal irgendwann durchgehen, keine Ahnung, schreibt das mal in die Kommentare rein, ob da wirklich Interesse daran besteht, über unterschiedlichste Alkoholsorten zu reden. Da gibt es ja eigentlich auch eigene große Kanäle, die das zum Hauptthema haben. Aber ja, es ist richtig, was du sagst, aber Tequila wird eben auch sehr sauber gebrannt. Also Tequila, Wodka beispielsweise, welcher wiederum aus Weizen oder der ältere Wodka, teilweise noch polnische Wodka, Chopin heißt der, der noch aus Kartoffeln gebrannt wird. Also Kartoffel gebrannter Wodka und wenn die sauber sind, dann hinterlassen sie normalerweise nicht so einen ekligen Kater am nächsten Tag. Gut, also ja, das Alkohol-Thema ist glaube ich aber ein interessantes. Ich glaube, da müssen wir, lasst es mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr da nochmal ausführlich was zu haben wollt. Ich bin da voll der Nubi. Philipp kennt sich ein bisschen besser aus. Ich zum Beispiel, mir hat noch nie kein einziger Alkohol geschmeckt. Ich fand es schon immer zum Kotzen und auch den, den du gerade genannt hast, Azul, selbst wenn ich den trinke und ich glaube, das ist nicht einer der teuersten sogar. Auch der ist wirklich eine harte Nummer, den überhaupt runterzukriegen. Aber ich trinke sowieso fast nie Alkohol, deswegen, ja. Ist Geschmackssache, ja. Also, Platz Nummer 8 ist eine weitere junge Dame. Es ist Emma Chamberlain mit Earnings von 20 Millionen Dollar, 28 Millionen Follower, hohes Engagement, 6,25 Prozent. Und ich muss hier wieder zugeben, sie ist mir jetzt so, wenn ich das Bild sehe, nicht bekannt. Ich kann dir sagen, wer das ist. Das ist eine YouTuberin gewesen. Ich glaube, ich habe mal irgendwann vor sechs Jahren oder so ein Video von ihr gesehen. Die hat so Vlogs gemacht und wo ich sie jetzt ab und zu randomly gesehen habe, ist auf Instagram, ich öffne Instagram und dann sehe ich ein Interview von beispielsweise Justin Bieber oder Kanye West oder Hayley Bieber oder wem auch immer, so wirklich S-Tier Celebrities. Und sie ist die, die die dann interviewt auf der Vogue oder auf der Filmfestival oder wo auch immer die sind. Also sie ist vom Influencer jetzt irgendwie da reingerutscht und hier drunter steht, dass sie halt nicht nur mit diesen ganzen Luxusmarken zusammenarbeitet, wie Louis Vuitton, sondern auch, dass sie wohl einen Kaffee hat, den sie verkauft. Ich denke nicht, dass sie damit jetzt viel Geld macht. Kaffee, da hast du nicht so eine große Marge. Aber ihr Podcast, Anything Goes, hat einen exklusiven Spotify-Video-Deal bekommen. Für die, die das nicht wissen, was das bedeutet, das bedeutet, diese Person kriegt 20 Millionen Dollar Vorschuss oder was auch immer, wie hoch die Summe ist. Die ist aber abstrus hoch bei manchen Podcasts. Joe Rogan hat 100 Millionen bekommen. Es gibt einen anderen Podcast, der heißt Call Your Daddy oder irgendwie sowas. Auch ein Mädel, die hat auch 40 Millionen bekommen. Also jeder, der ein Spotify-exklusiv, der verdient auf jeden Fall viel Kohle. Und wir auf unserem Podcast, wir haben gar kein Deal und wir verdienen gar kein Geld, weil wir nicht mal Werbung anschalten auf YouTube, Leute. So sieht es aus. Dafür werden wir aber in immer höherer Zahl gehört und wir kriegen ein gutes Feedback und da auch nochmal Danke raus an die ganzen Leute, die uns immer unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, ob ihr das jetzt auf Spotify gerade hört und mit anderen Leuten teilt oder bei YouTube und einen Kommentar hinterlasst und einen Daumen nach oben. Das hilft jedes Mal dem Algorithmus, in dem Falle dem YouTube-Algorithmus, das etwas weiter zu verbreiten. Also danke für die ganzen treuen und zahlreichen Hörer. Genau und Philipp, das ist ganz wichtig, bevor du das Thema hier beendest. Auf Spotify, wenn Joe Rogan einen Exklusiv-Podcast auf Spotify hat, was hat das für ihn bedeutet? Joe Rogan war vorher nicht nur auf Spotify oder allen anderen Podcast-Kanälen, sondern auch auf YouTube und hauptsächlich auf YouTube hast du diesen Vorteil, dass deine Reichweite sich vermehren kann. Wenn du einen Podcast hast, wie der berühmt-berüchtigte Podcast von Joe Rogan mit dem UFO, dem ehemaligen UFO-Mitarbeiter, dann ist dieser Podcast auf YouTube explodiert. 20, 30, 40, 50 Millionen. Das Gleiche hast du nicht auf Spotify. Es gibt sehr wenig Leute, die ihr Spotify öffnen und dann auf der Suche nach neuen Podcasts sind. Also Joe Rogan hat sich hier wirklich eingeschränkt und wurde quasi auf Spotify gekauft. Jetzt läuft alles nur noch auf Spotify, aber diese Reichweiten-Maximierung, dass da noch mehr Leute und noch größer und immer hören alle rein. Das ist nicht mehr der Fall. Und Joe Rogan hat zwar eine riesige und gigantische Core Audience, aber Spotify hat ihn da auf jeden Fall so ein bisschen eingekauft. Beziehungsweise da kann man schwurbeln, ob das geplant war, damit der Typ, der die ganzen unangenehmen Dinge, als Erster, als einer der Ersten, muss man ganz klar sagen, Joe Rogan war einer der Ersten, der bei dieser Gegenbewebung, gegen Rogue, auch immer sehr, sehr stark am Start war und mit unglaublich viel Reichweite, noch lange bevor es überhaupt einen Andrew Tate gab, ob der da nicht vielleicht einfach gekauft wurde, damit sich seine Reichweite so einschränkt, ohne dass irgendwer irgendwas machen kann. Absolut. Und wenn du jetzt mal überlegst, weil es doch immer aus einem anderen Lager heißt, so dieser Spruche, wir sind mehr. Also das linke politische Spektrum ruft immer gerne, wir sind mehr. Wenn wir uns jetzt aber einfach faktisch anschauen, wer sind die größten, erfolgreichsten Medienpräsenz-Influencer? Joe Rogan garantiert, dem rechten Lager zuzuordnen. Wird ihm auf jeden Fall von links immer gesagt. Joe Rogan ist the number one in the world. Und ein Andrew Tate, überlegt es euch selber, also der ist alles, aber ganz sicher nicht links. Der hatte die höchste Medienpräsenz bei YouTube weltweit von allen Menschen überhaupt, durch die Art, wie oft er gepostet wurde. Und wenn wir uns Tucker Carlson anschauen, der bei Fox News rausgeschmissen wurde und jetzt über Twitter seine Interviews macht, Tucker Carlson, Fox News ist definitiv ein rechter Sender, Tucker Carlson wurde von den Linken verschrien immer als rechter Hetzer, ist mit Abstand, mit großem Abstand macht er die erfolgreichsten Interviews weltweit. Als er erst beim ersten Presidential Debate der Republikaner, wo Trump gesagt hat, ich nehme da nicht teil, weil ihr seid einfach zu irrelevant für mich. Und dann gleichzeitig, das wurde ja um 8 Uhr abends, also 8 p.m. ausgestrahlt und das Interview mit Tucker Carlson und Donald Trump wurde genau 5 Minuten vorher, damit sie beide Kopf an Kopf rennen, um 7.55 Uhr ausgestrahlt. Der hatte ja mit zehnfachem Abstand überholt. Dieses Video hat über 277 Millionen Aufrufe. Man muss sich mal vorstellen, was das ist. Aber, Philipp, aber, ein ganz großes Aber ist, der Grund, warum die eher linke Seite sagt, wir sind mehr, ist, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, und diese Influencer sind ja gar nicht auf dieser Liste, wer sind eigentlich die größten Influencer von der Reichweite her global? Dann ist es nicht Mr. Beast, dann ist es Kim Kardashian, dann ist es Cristiano Ronaldo, dann ist es, ja, teilweise auch eben diese TikTok-Mädels hier auf TikTok. Und welche politische Seite vertreten diese Menschen? Auch ein Mr. Beast, indirekt, indem er sich eben nicht in die andere Seite positioniert und indem er eben aktiv das tut, was in den Regeln ist, auf die linke Seite. Aber das machen diese Menschen nicht, weil sie das so vertreten, sondern weil sie wissen, dass das die Spielregeln sind, damit sie an der Spitze sind. Aber sagst du, wenn einer sich nicht positioniert, also einer sagt, ich sage nicht, was ich bin, dann ist er automatisch links. Nein, das war jetzt eher auf Mr. Beast bezogen. Beispielsweise die Kardashians positionieren sich ja eindeutig. Die haben ja ganz, ganz stark Werbetrommel damals gemacht für Joe Biden, wählt Biden. Wenn ihr nicht Biden wählt, dann wird gar nichts passieren und dann geht Amerika den Bach runter. Also die haben wirklich ganz aktiv Werbung für Joe Biden gemacht damals. Alle Kardashians, Justin Bieber, alle bekannten Persönlichkeiten, die weit über der Reichweite von diesen Leuten hier auf dieser Liste sind und die gar nicht auf dieser Liste zu finden sind. Die sind alle links und wenn die für Trump damals Werbung gemacht hätten, Philipp, dann kann ich dir garantieren, wären alle möglichen Werbesponsoring-Deals weg gewesen, dann wäre die Reichweiteneinschränkung auf Instagram gekommen und sonst was und ganz langsam bröckelt dann bei diesem S-Tier-Celebrity auch die Fassade und der wird immer irrelevanter. Das geht und das zeigt die Welt heutzutage, wie schnell das auch gehen kann und das im Falle eines Endotrades auch mit allen Mitteln, mit egal welchen Mittel, dagegen vorgegangen wird, wenn man nicht aufhört. Ja, bin ich bei dir. Das hatten wir ja gesehen, dass es schnell mit dem demokratischen Denken und der Meinungsfreiheit vorbei ist. Wenn man auf der linken Seite steht in den USA, dann darfst du alles machen. Gehst du auf die rechte Seite, dann versuchen sie dich. Aber es ist ja nicht anders in Deutschland. Ja, auch ein Mr. Beast, Philipp. Auch ein Mr. Beast. Einer seiner engsten Freunde. Und ich weiß nicht, wie ich das persönlich zu beurteilen habe. Ich sehe mich selber nicht mal moralisch oder in irgendeiner Weise in der Instanz, da irgendwelche Menschen zu verurteilen. Aber einer seiner engsten Freunde, mit dem er diesen Kanal auch gestartet und geführt hat, hat sich jetzt, ich glaube, geoutet, als er wäre lieber eine Frau, hat jetzt auch eine Transformation gehabt und sieht jetzt in jedem seiner Videos sehr merkwürdig aus. Also für mich merkwürdig, weil er sich nicht als Frau kleidet, sondern irgendwie, er hat super grelle Haare, dann trägt er teilweise Männerklamotten, teilweise Frauenklamotten, hat lange Nägel. Und diese Person ist dann auch in Mr. Beast seinen Videos und vertritt das dann auch vor den ganzen Leuten und macht dann manchmal sehr komische, sexuell anstößige oder anrüchige Kommentare in diesen gleichen Videos. Und für mich ist es egal, mir ist es egal, jeder Mensch soll tragen, aussehen, machen oder sich empfinden als das, was er möchte. Aber Mr. Beast Content wird von vielen Kindern geschaut. Und ich glaube, man muss das jetzt nicht zwangsläufig den anderen Menschen ins Gesicht drücken und sagen und tun und machen. Und diese Frühsexualisierung, das ist ja das ganz große Problem, was wir auch überhaupt von dieser linken Seite haben, ist, dass wir sagen, Leute, macht, was ihr wollt, aber zwingt doch nicht die Kinder und zwingt es doch nicht den Menschen auf. Und da beteiligt sich ja dann Mr. Beast auch indirekt, indem er eben dieser Person die Plattform gibt, solche merkwürdigen Aussagen da in seinen 300 Millionen geklickten Videos zu tätigen, damit, ja, auch bei. Und das gefällt auf jeden Fall den Leuten, die bei YouTube was zu sagen haben und auch in der amerikanischen Regierung was zu sagen haben. Ja, ja, also ganz klar zeigt wieder hier, dass, ja, ich denke, jeder weiß aktuell selber, von welcher Seite aus, von welcher Seite des politischen Spektrums aus die Liebe zum Kind ganz besonders hin gefördert wird. Und, ja, macht da eure eigenen Entscheidungen und haltet die Augen offen, Jungs und Mädels. Ich werde ja jetzt selber die nächsten Tagen Papa und es ist ganz, ganz wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Kommen wir zu den letzten zwei. Nummer neun ist ein Influencer namens Matt Rife. Hat 25 Millionen Einnahmen, 22 Millionen Follower, ein mega hohes Engagement von 10,7 Prozent. Und er ist, ich muss hier wieder nachschauen, weil ich kenne den auch nicht, Rife ist ein Stand-up Comedian. Ja, er ist ein Stand-up, also er ist ein, was ist das Stand-up Comedian auf Deutsch? Ich kenne nur den englischen Begriff. Ich weiß auch nicht. Er steht auf der Bühne und macht Comedy und bringt die Leute zum Lachen. Er macht Comedy, genau. Genau, aber ich habe den auch noch nie gehört. Ich habe den noch nie gesehen, noch nie gehört und ich sehe gerade aber, darunter steht, er hat 17 Millionen Follower auf TikTok, wahrscheinlich auch darüber seine Reichweite aufgebaut. Hat damit dann aber, was hier auch steht, 750.000 Tickets für seine internationale Tour verkauft. Wenn ein Ticket 50 Euro kosten würde, was ich nicht weiß, aber ich gehe einfach mal davon aus, dann sind wir direkt bei 37 Millionen Umsatz. Ja, also auch er weiß, seine Follower zu monetarisieren. Das ist, denke ich, der Name of the Game hier grundsätzlich. Und auch interessant, jemanden wiederum, wir haben jetzt in den Top 10 eigentlich bisher noch keine wirklich große Tendenz im Sinne von, du hast ein paar Boxer gehabt, okay, Logan, Jake, die Paul Brothers und KSI, die durch laute polarisierende Themen kommen. Du hast aber auch im Modebereich, du hast hier einen Comedian, du hast Meme-Spezialisten, wenn wir sie so nennen wollen. Und jetzt Nummer 10, schauen wir uns den letzten an. Das ist ein Mann namens Brent Rivera. hat 17,5 Millionen Einnahmen, 96 Millionen, das ist ja extrem viel. Ich meine, das ist damit Platz Nummer 3 nach KSI, der 117 hatte. Total Follower 96 Millionen und auch ein mega hohes Average Engagement von 11,25 Prozent. Kennst du Brent Riviera? Ja, habe ich schon mal gesehen. Es ist auch so ein TikTok-Typ. Also, das steht hier auch drunter. Der kriegt jetzt 50, der hat 50 Millionen auf TikTok und lädt da auch Comedy hoch. Also, auch jemand, der mit Hilfe von TikTok Reichweite aufgebaut hat, als Unterhaltungs- Influencer und jetzt einfach mit ganz vielen Brands zusammenarbeitet. Das steht hier zumindest drunter. Und, warum auch immer der auf der 10 ist, ich weiß nicht, warum der auf der 10 ist, aber gut, er hat viel Geld verdient. 17 Millionen in einem Jahr ist nicht wenig. Absolut, ja. Also, und da Props an alle, die in der Lage sind, das auch nachher zu monetarisieren, weil es ist ja, wenn wir uns diese Leute mal als Künstler betrachten wollen, machen wir das jetzt einfach mal, dann kann es ja auch eine brotlose Kunst sein, ja. Und wenn man in der Lage ist, daraus etwas umzusetzen und das möglichst, gesetzt im Falle, möglichst auf eine moralisch korrekte Art und Weise, indem man also Mehrwert stiftet und dadurch, durch die Leute, die das erhalten, wiederum etwas zurückbekommt, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Ja, also, diesen Bericht, den verlinken wir natürlich auch unten noch, unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das gerne mal an, das geht direkt weiter, da kann man sich jetzt noch 40 andere Influencer anschauen, die auch noch verdammt viel Geld verdienen. Also, da sind auch in den Top 20 noch welche dabei, die 20, 25, 30 Millionen verdienen. Man muss aber sagen, das muss man vielleicht nochmal sagen, bevor wir dieses Thema beenden, Forbes an sich ist bekannt und berühmt dafür, dass diese ganzen Forbes 30 Under 30 Listen, alles gekauft, alles über Kontakte. Forbes Covers teilweise, alles gekauft, alles über Kontakte. Sam Bankman Freit, ich glaube, die letzten 5 CEOs, die einen riesen Scam global, auf globalem Niveau mit Milliarden Verlusten abgezogen haben, waren alle auf Forbes Covers drauf. Natürlich kann man da auch sagen, gut, wenn die jetzt jeden Businessman abwickeln, die können es ja auch nicht wissen, ja, das sehe ich genauso, aber wirklich diese U30 Under 30 Under 30, die Einflussreichsten Unternehmer und was die da alles für Listen haben, das ist alles gekauft. Da habe ich auch schon Anfragen für bekommen, hey, möchtest du nicht, das kostet so und so viel und so und so viel kostet ein Beitrag. Und jetzt kürzlich, wurde Forbes auch, um nochmal hier ein bisschen Kritik einzubringen, von einer Person gekauft, die heißt Austin Russell. Das ist ein sehr, sehr junger Typ, der ist 28 Jahre alt, also gar nicht mal so viel älter als ich, vier Jahre älter. Und Russell hat ein Unternehmen gegründet damals, das heißt Luminar Technologies und Luminar Technologies arbeitet an LiDAR und Machine Perception Technologies, verwendet in Autonomous Cars, also in Self-Driving Cars, der hat da die Technologie für entwickelt. Sein Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ein paar Milliarden erreicht, weil einfach viele VCs eingestiegen sind, weil es ein gehyptes Thema ist. Das liegt nicht daran, dass sein Unternehmen so viel Gewinn erwirtschaftet hat, aber er hat, wie gesagt, ein Unternehmen in einem sehr, sehr krassen Hype-Bereich aufgebaut, hat dann viel Funding bekommen, hat mit dem Funding das Ding skaliert, ich glaube, ge-IPO'd, hat dann seine Anteile verkauft und ist dann dadurch Milliardär geworden mit 25. Er hat nicht mit seinem Unternehmen bisher zumindest tatsächlich einen Mehrwert in Form von Revenue und Wirtschaftsleistung erwirtschaftet, sondern das ist bisher noch eine riesige Blase. Wer weiß, ob sich das dann irgendwann festsetzt und mit diesen Milliarden hat er dann Forbes acquired, ich glaube, ich lese mal hier zu, bei einer Valuation von 800 Millionen hat er 82% gekauft am 12. Mai 2023. Also Forbes gehört jetzt ihm. Interessant und lustig, auf welchem Wege er das gekauft hat, ich respektiere das trotzdem irgendwo, weil auch das bedarf natürlich viel Arbeit, Disziplin und ja, Intelligenz, dass du da überhaupt in diese Position kommst, aber ja, das nochmal als Kontext zu Forbes, um sich darüber sicher zu sein, diese Liste ist auch nicht jetzt hier in irgendeiner Weise der heilige Graal oder hat die größte Relevanz. Wir haben ja auch schon kritisiert, es gibt deutlich, deutlich Reichweiten, stärkere und einflussreichere Influencer. Klar und mir fällt da noch eine lustige Story ein, weil du sagst, die hatten schon jeden auf dem Cover, da gibt es ja das ganz bekannte Cover, das blenden wir auch gerne mal ein, des Times Magazins, Times gibt es ja schon seit Ewigkeiten und zwar war, ich meine, 1933 Adolf Hitler Man of the Year auf dem Times Cover drauf, die haben, die machen das ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten immer, the man of the year, ja und damals eben zu seiner Machtergreifung hatten sie dann jemanden aufs Cover gesetzt, den sie dann ein paar Jahre später wahrscheinlich nicht mehr auf dem Cover wollten, also ich glaube, ja, das passiert da auch den Besten, dass da Leute aufs Cover gesetzt werden, die dann im weiteren Verlauf, CSM, Bankman, Freight wahrscheinlich sich nicht als die Menschen herausgestellt haben, die sie da eigentlich angedacht haben. Das ist vielleicht mal ein interessantes Thema, Philipp, dieser Austin Russell wird nämlich als der jüngste Selfmade-Milliardär der Welt bezeichnet. Dass wir da vielleicht mal ein Thema drüber machen, eine Podcast-Folge, der jüngste Selfmade-Milliardär der Welt, was hat der eigentlich gemacht, wie hat er das erreicht und ich sehe hier auch gerade sein Forbes-Cover, ich weiß nur nicht, ob das war, bevor er Forbes gekauft hat oder nachdem er Forbes gekauft hat. Ja, interessant war es, schreibt gerne mal rein, was euer Eindruck heute war, dass wir solche Themen mal durchgegangen sind, ich finde das ein recht spannendes Thema, denn auch wir befinden uns hier im Kosmos der Influencer, das ist so, versuchen hier aber, wie ich meine, unserer Rolle gerecht zu werden, hier auch was Sinnvolles mitzugeben auf dieser Reise, auf der wir uns hier bewegen. Ja, dann danke ich euch allen, lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und bis nächste Woche. Bis dann, ciao.